Es rumort im Kosmos. Eine starke Spannung liegt in der Luft, denn Kampfplanet Mars und Machtplanet Pluto stehen miteinander im Duell. Und nicht nur das, der Neumond im tiefschürfenden Skorpion bringt eine große Transformation. Es wird also eine spannende Woche. Wie das im Einzelnen aussieht, ob es auch konstruktive Kräfte gibt und wie die Sterne zu Halloween stehen, darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zum Horoskop der Woche vom 28. Oktober bis zum 3. November 2024. Es rumort im Kosmos, denn Krieger Mars geht in einen Konfrontationsaspekt zum mächtigen Pluto und das wird die Gemüter aufheizen. Und zwar während der gesamten Zeit vom 26. Oktober bis zum 7. November. Genau in diese Zeit fällt die Schicksalswahl in den USA am 5. November. Für mich ist das eine Achterbahnfahrt der Gefühle, denn ich bin ja mit einem Amerikaner verheiratet und deswegen zittere ich da sehr mit. Aber ich glaube, das geht uns alle an, denn die Welt ist so vernetzt und die USA sind ein so großer Player. Was dort passiert, wird langfristig auch Folgen für den Rest der Welt haben. Wenn euch interessiert, wie ein Amerikaner die Sache sieht, dann empfehle ich euch den kostenlosen astrologischen Newsletter vor meinem lieben Mann, dem US-Finanzastrologen Ray Merriman. Er setzt sich dort nicht nur mit den Finanztrends, sondern auch mit aktuellen Politik- und Gesellschaftsfragen auseinander. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Jetzt wollen wir aber den Blick auf die Tendenzen für unser Alltagsleben richten. In dieser Woche wird die große kosmische Spannung mit Mars und Pluto zum Glück durch ein großes Harmoniedreieck aufgefangen. Und zwar mit Denker Merkur und Spiritualitätsplaneten Neptun. Da werden sich sicher auch die Stimmen der Vernunft zu Wort melden, vielleicht sogar spirituelle Stimmen, die zur Mäßigung aufrufen. Es gibt konstruktive Kräfte, die also Abhilfe schaffen können. Es könnte aber auch sein, dass man versucht, uns einzuwickeln und Konflikte schönzureden. Vielleicht hören wir Botschaften, die auf Anhieb supergut klingen, Aber dahinter steckt dann doch eine andere Strategie, die vielleicht toxisch ist. Wir sollten also sehr achtsam sein, wem wir was glauben. Es ist nämlich auch eine Konstellation der manipulativen Werbebotschaften. Für unser Privatleben gilt, Ruhe bewahren und Grundsatzdiskussionen möglichst vermeiden. Es kann natürlich sein, dass Pluto jetzt ein heikles Thema aus der Tiefe holt und ein Geheimnis herauskommt und ihr spürt den Drang, das sofort auszudiskutieren. Aber davon würde ich tatsächlich abraten. Selbst wenn man es mit den süßesten Worten versucht, kann dennoch ein unschöner Streit entstehen und es könnten Dinge ausgesprochen werden, die sich nicht mehr zurücknehmen lassen und Situationen entstehen, die sich hinterher nicht wieder einrenken lassen. Wenn es sich nun gar nicht vermeiden lässt, ein heikles Thema anzusprechen, dann seid darauf gefasst, dass es wahrscheinlich ziemlich unter die Haut gehen wird. Stürzt euch da nicht unvorbereitet rein, sondern gebt euch erstmal Zeit, in Ruhe über alles nachzudenken und eure Argumente abzuwägen. Die 90-Sekunden-Regel hilft euch dabei und Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung und den Shownotes. Übrigens ist leider auch die Verletzungsgefahr erhöht, wenn Mars und Pluto aufeinandertreffen. Auch das muss man bedenken. Deshalb ist es im Moment wahrscheinlich besser, riskante Sportarten und unüberlegte Aktionen zu vermeiden, damit es nicht zu Zusammenstößen kommt. Lasst uns nochmal kurz schauen, wo sich die Konstellation mit Mars und Pluto ganz genau abspielt und wer von dieser kosmischen Hochspannung besonders betroffen ist. Pluto steht jetzt genau am Übergang vom Steinbock zum Wassermann, während Mars sich am Übergang von Krebs in den Löwen befindet. Das heißt, wer in den allerletzten Tagen Widder, Krebs, Waage oder Steinbock Geburtstag hat, ist ebenso betroffen wie alle, die in den ersten Tagen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann geboren sind. Oder auch, falls ihr andere Planeten oder den Aszendenten in diesem sensiblen Bereich habt. Wenn ihr dazu Nachfragen habt, dann geht das schon etwas tiefer und das können wir am besten in der Community besprechen. Falls euch das interessiert, klickt doch mal auf den Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Dann könnt ihr euch mal umsehen und die Feedbacks der Mitglieder lesen, was wir da alles Tolles machen. Es gibt auf jeden Fall kosmische Kräfte, die uns in dieser Woche den Rücken stärken. Die Sonne im loyalen Skorpion geht nämlich eine konstruktive Verbindung mit dem seriösen Saturn ein. Das heißt, Menschen, denen wir vertrauen, werden uns nicht im Stich lassen und Verbindungen, die schon lange bestehen, werden so schnell nicht ins Wanken geraten. Es ist also eine gute Idee, sich bei Entscheidungen auch finanzieller Natur konservativ zu verhalten und sich auf die Dinge zu verlassen, die sich bewährt haben. Tatsächlich sind auch unerwartete und überraschende Lösungsansätze möglich, aber da weiß man dann nicht gleich, sind die auch vertrauenswürdig. Gegebenenfalls sollten wir uns ein bisschen Zeit nehmen, ehe wir neue Wege gehen, auch wenn die uns als Lösung aller Probleme erscheinen. Die günstigsten kosmischen Energien könnt ihr anzapfen, wenn ihr das Sternzeichen, den Aszendenten oder andere wichtige Punkte in eurem Horoskop in den folgenden Zeichen stehen habt. Widder, Zwillinge, Waage und Wassermann. Ihr kennt eure einzelnen Konstellationen im Horoskop gar nicht so genau? Dann kann ich euch weiterhelfen. Besucht mich auf Instagram und kommentiert mir einfach Horoskop. Dann erhaltet ihr eine private Nachricht mit dem Überblick über all eure Planeten und sensitiven Punkte. Mitten in die angespannte Zeit fällt das große Skorpionfest des Jahres, nämlich Samhain oder auch Halloween, in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Und am 1. November ist dann auch gleich der Neumond im Skorpion, was das Fest dieses Jahr besonders mystisch macht. Es heißt, dass sich rund um diesen Tag die Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten heben und dass man Kontakt mit seinen Ahnen aufnehmen kann. Die Kirche hat das Fest übrigens zu Allerheiligen am 1. November und Allerseelen am 2. November umgedeutet. Samhain ist aber älter als die christlichen Traditionen. Dennoch haben auch die kirchlichen Feiertage eine ähnliche Bedeutung. Man geht auf den Friedhof und gedenkt seiner lieben Verstorbenen. Die gesamte Zeit vom 31. Oktober bis zum 2. November, von Samhain bis Allerseelen, hat diese besondere Energie, in der wir den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens, des Lebens und Sterbens bewusster wahrnehmen können als sonst. Das sind großartige Tage für alle, die spirituell arbeiten und im Kontakt mit der geistigen Welt sind. Natürlich kann man diesen besonderen Tag auch als schönes Gruselfest Halloween feiern. Wahrscheinlich wird vielen auch danach zumute sein, die Spannung, die in der Luft liegt, abzubauen, eine richtig wilde Geisterparty hinzulegen und sich die Seele aus dem Leib zu tanzen. Das würde jedenfalls auch gut zu den Konstellationen passen. Am 31. Oktober steht der Mond tagsüber noch in der Waage, sodass man wahrscheinlich einige Einladungen erhält und das Bedürfnis verspürt, unter Leute zu gehen. Doch abends wechselt der Mond dann in den mystischen Skorpion und verstärkt kurz die Spannung, die in der Luft liegt. Es könnte also, kurz bevor man loszieht, um zu feiern, noch was passieren, dass man sich streitet oder das, was dazwischen kommt. Oder vielleicht auch, dass man sich verletzt, zum Beispiel, wenn man auf einen Stuhl steigt, um irgendwo ein Kostüm herauszuholen. Also passt am Abend ein bisschen auf, bevor ihr losgeht. Je später der Abend, desto mehr legt sich diese Spannung wieder und es könnte sogar eine richtig tolle Gruselparty werden. Oder ein besonders kraftvolles Ritual zu Samhain. Am 1. November, um genau 13.46 Uhr, haben wir dann den Neumond im tiefschürfenden Skorpion. Das ist wirklich eine tolle Gelegenheit, um seinen Ahnen einen Besuch abzustatten. Und wenn euch das nicht makaber vorkommt, könnt ihr auch die Stille auf dem Friedhof für ein kleines Ritual oder eine Meditation nutzen. Aber ihr könnt euch natürlich auch gemütlich zu Hause vor dem Hausaltar mit euren Ahnen verbinden. Das muss jeder so halten, wie es für ihn am besten passt. Es ist schon etwas Besonderes, wenn der Neumond genau auf alle Heiligen fällt. Deshalb nutzt seine ganz besonderen spirituellen Kräfte. Denn eins muss man sagen, diese Spannung zwischen Mars und Pluto ist auch ein sehr mächtiger Aspekt, der geheime Superkräfte freisetzen kann. Wenn wir damit konstruktiv umgehen, können wir gerade zu Neumond ein Ritual mit sehr intensiver Wirkung erzeugen. Denkplanet Merkur und Fantasieplanet Neptun sind ebenfalls beteiligt. Das bedeutet, unsere Vorstellungskraft ist geweckt und das ist eine tolle Konstellation für Zaubersprüche und Affirmationen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und findet den Spruch, der für euch der richtige ist. Nach Samhain und Halloween haben wir ja wunderbarerweise ein langes, freies Wochenende. Den ganzen Freitag und Samstag steht der Mond im mystischen Zeichenskorpion und bildet dabei auch noch harmonische Aspekte. Da könnte es zur Zeitqualität passen, es sich mit Grusel und Zauberfilmen gemütlich zu machen und einfach auch mal von dem abzuschalten, was auf der Welt so los ist. Vielleicht gucke ich mir noch mal einen Harry-Potter-Film an. Samstagabend gibt es noch einen wichtigen Planetenwechsel. Da wandert nämlich Merkur in den fröhlichen Schützen, gefolgt vom Mond am Sonntagmorgen. Das dürfte auf jeden Fall gute Laune machen und wir bekommen am Sonntag bestimmt Lust rauszugehen und uns wieder mit dem Leben zu verbinden. Der Schütze Merkur bringt uns optimistische Gedanken und Hoffnung für die Zukunft und lässt uns die positive Seite einer Sache stärker wahrnehmen als die negative. Das können wir jetzt bestimmt gebrauchen. Das waren die Tendenzen in der 44. Kalenderwoche. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich das alles auf euer persönliches Sternzeichen auswirkt, dann schaut doch noch mal ins große Monatshoroskop Oktober. Da haben wir auch noch mal die Halloween-Sterne für jedes Sternzeichen gedeutet. Und auch ins Novemberhoroskop solltet ihr schauen. Das geht ja gleich los mit dem Neumond im Skorpion. Kommt gut durch diese spannende Zeit. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.